Nummer 3. Starkes elektrisches Mückenschutzmittel. Ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro, Geschäfte, Camping. Die Lampe hat eine interne USB-Stromversorgung. Die Lampe hat ein einzigartiges Design mit drei verschiedenen Helligkeitsstufen für unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Berührung genügt, um die Farbe zu ändern. Die Insektenfängerlampe ist ungiftig, geruchlos, sicher und sehr leise. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Hochintensive elektrische Mückenlampe mit einer speziellen Wellenlänge, die Mücken durch das eingebaute Hochspannungsnetz anlockt und tötet. Enthält keine Chemikalien, erzeugt keinen Rauch und keinen Geruch. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, die Lampe zwei Stunden vor dem Schlafengehen einzuschalten. Schützt bis zu 100 Quadratmeter vor Stechmücken. Hergestellt aus hochwertigen Materialien. Ausgestattet mit einer Bürste zur Reinigung. Im unteren Teil befindet sich eine Schale zum Auffangen toter Insekten. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Diese Anti-Mückenlampe ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet und bietet eine 360-Grad-Abdeckung. Es ist nicht nur ein effizientes Mittel zur Insektenbekämpfung, sondern auch ein praktisches Beleuchtungswerkzeug. Die Lampe ist ungiftig, leise und sicher für die ganze Familie. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, langlebig. Leicht zu reinigen. Kann an die Wand gehängt oder auf den Tisch gestellt werden. Schützt eine Fläche von bis zu 80 Quadratmetern. Ausgezeichnetes Produkt. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.